Es ist ein toller Montagabend, wir haben Besuch, Felix Jenner ist da! Was geht ab? Moin moin. Mensch ey, endlich können wir mal über ein Album sprechen mit dir. Geil, das wollte ich schon die letzten zehn Male machen. Eigentlich schon, ja. Es gibt YouTube-Kommentare drunter, Felix Jenner 2015, dieses Jahr kommt safe das Album. 2016, safe kommt das Album. Jetzt ist es wirklich rausgekommen. Es heißt I. Warum hat das so lange gedauert, sag mal? Wenn ich ehrlich bin, brauchte ich die Zeit einfach. Ich musste natürlich auch erstmal eher in die Rolle des Hit-Produzenten quasi reinwachsen, weil ich hatte ja wirklich aus dem Nichts auf einmal zwei Welthits und hatte ja gerade erst so zwei, drei Jahre vorher angefangen, überhaupt eigene Songs zu schreiben und zu produzieren. Und wollte halt kein Ramsch-Album machen. Klar hätte ich irgendwie nach Ain't Nobody Cheerleader, dann kam Book of Love, dann hätte ich irgendwie noch ein paar Tracks draufgeworfen und dann hätten wir ein Album gehabt. So Album für die Songs nennt man das, ne? Ja, aber so Filler machen wir hier nicht. Filler machen wir nicht. Halbe Sachen, das gibt's nicht im Hause, Jen. Wenn man dich anschaut, man sieht, du bist glücklich damit, du bist happy damit, du wirkst so, okay, geil, endlich ist es da. Aber das Erste, was auffällt, ist, was ist mit den Haaren passiert? Das wirst du wahrscheinlich gerade die ganze Zeit gefragt. Ja, ich glaube nichts, werde ich öfter gefragt, warum ich mir die Haare geschnitten habe. Ich hatte einfach spontan Bock. Ich finde es ganz geil auch, ehrlich gesagt. Und ja, es ist einfach praktisch, es sieht gut aus. Hast du das wirklich, wie in einem Video impliziert wird, so cool, da im Video geschnitten? So habe ich das dann auch wirklich gemacht, ja, weil wir waren in L.A. für den Videodreh und dann waren wir abends vorher beim Fitting und dann haben wir irgendwie so gesprochen, was im Video so passiert und so weiter. Und es gibt ja total viele Random-Sachen, einer überschüttet sich mit Milch, der andere beißt in eine ungeschälte Orange rein. Da war so, ach, und da haben wir übrigens noch ein Mädchen, die würde sich für ein bisschen Kohle den Kopf grasieren. Da war ich so, ach, brauchen wir nicht, ich mache es einfach selbst. Und dann war ich so, was machst du, Felix? Deine heilige Tolle kommt ab. Ich so, warum denn nicht? Die heilige Tolle. Und dann war es auf einmal so. Tja, jetzt ist es nur doof, dass ich anders aussehe, als auf meinem Album anfolgen. Aber du siehst gefährlicher aus. Gefährlicher? Ja, man muss auch jetzt schon anfangen. Da hast du einen Pulli hier, der dich so böse angeht. Guck mal, die roten Augen. Der schwarze Oversize-Pulli und dazu so ein Pitbull-Schnitt. Aber man muss auch jetzt schon mal ans nächste Album denken. Da kannst du dann irgendein Street-Style-Album draus machen. Yeah. Felix 2.0. Jetzt gibt es aufs Maul. I heißt das Album. Das ist dann die Lead-Single, ja. Wenn das wirklich so heißt, dann möchte ich dafür Geld bekommen. Ich dachte, du würdest mir dafür Geld geben, weil das so krass werden ist. Aber du willst auch noch welches haben, dafür, dass ich so einen scheiß Titel wähle. Als Creative Director. Ich habe dann mitgewirkt. Also es heißt I. Einfach nur ein I. Das englische Wort für ich. Oder der englische Buchstabe für ich. Inwiefern ist das ein Album über dich? Ist das einfach ein Album mit einer Aneinanderreihung von Songs, die dir gefallen? Oder sagst du da, okay, ich erzähle da wie so ein Singer-Songwriter-Stories aus meinem Leben? Ja, also ein Singer-Songwriter-Abum ist es natürlich nicht. Das sind jetzt nicht 25 Songs, die mein Leben beschreiben. Aber ich glaube, auch als Produzent kann man total viel Persönlichkeit in seiner Musik ausdrücken. Durch Stimmung, durch Sounds. Es gibt ein paar Songs, wo ich auch tatsächlich mitgeschrieben habe. Der Laugh ist zum Beispiel so einer, wo ich schon vor über drei Jahren in London im Studio war, um den Song zu schreiben. Wo es um Zweifel bei der Liebe geht, wo man so in einer Beziehung noch nicht in der Affäre ist. Das wollte ich sagen, dass ich denke, oh, da könnte mehr gehen, vielleicht aber nicht. Und dann kommt immer die innere Stimme, nee, don't say love, sag bloß nicht Liebe. Und das ist so ein etwas persönlicherer Song. Und dann ist es ja auch das Ganze, das Produktalbum. Ich weiß nicht, ob du so eine CD schon mal in der Hand hattest, ob du direkt losgerannt bist in Mediamarkt und dir geholt hast das Album. Wir haben zum Beispiel im Booklet Kinderfotos von mir mit drin. Zu jedem Song stehen da auch ein, zwei Sätze geschrieben. Und das Artwork, kein Pitbull-Schnitt, jetzt kommt eines aus dem Maul, wie du gerade gesagt hast, sondern ganz clean, nur im T-Shirt. Ich gucke gerade in die Kamera und ich glaube, all das sind Dinge, durch die man auch zeigen kann, okay, das bin ich und kommt doch dazu in meine kleine Welt. Das ist schön puristisches, ja. Hast du auch Momente gehabt, in denen du dachtest, ja, boah, irgendwie jeder sagt, ein Album muss jetzt mal kommen. Wirst du auch in jedem Interview, seit du mit Cheerleader und Ain't Nobody die Hits gelandet hast, gefragt. Hast du auch Momente gehabt, wo du gesagt hast, scheiß drauf, Album, wer braucht denn das heutzutage noch? Ich brauche ein paar Songs bei Spotify, die rauf und runter laufen oder im Radio und dann ist eigentlich der Lack fertig. Ja, das wäre eine sehr wirtschaftliche Betrachtung der Dinge, weil Alben tatsächlich ja weniger verkauft werden heute und man mit ein paar guten Singles echt gut am Start sein kann. Aber mir war es einfach aus künstlerischen Gründen total wichtig. Ein ganzes Album auch zu veröffentlichen. Und teilweise sind es auch Songs, die ich schon vor, wie ich eben gerade gesagt habe, bei Don't Say Love schon vor drei Jahren geschrieben habe und die halt nie als Single rausgekommen sind. Und es wäre ja schade, wenn die Songs nie rauskommen würden. Und noch dazu ist ein Album, glaube ich, schon nochmal ein ganz anderer Schritt als nur eine Single. Also man macht sich da auf einmal Gedanken über die Pausen zwischen den Songs, über ein Tracklisting, welche Reihenfolge, wie fangen wir an, wie kommen die Leute gut rein ins Album, wie hören wir auf. Zum Beispiel ich ende nach dem 15. Track auf Cut the Court Akustik, was komplett unerwartet ist für viele sicherlich. Und danach sind erstmal so sechs Sekunden Pause, bis dann Ain't Nobody, der Best-of-Part vom Album, losgeht. Und das sind all so Gedanken, die machst du dir ja nicht, wenn du eine Single produzierst. Das machst du nur, wenn du das Album als Ganzes hörst und überlegst, okay, wie können jetzt die Tracks richtig wirken und auch sacken. Und deswegen war es für mich auch einfach ein total spannender Prozess. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und ich glaube, da hat sich die Zeit auf jeden Fall gelohnt. Du wirkst sehr happy damit. Ich habe es mir am Wochenende reingezogen und es ist ein sehr schönes Album geworden. Man muss jetzt aber auch schon, wie wir gerade schon besprochen haben, man muss in die Zukunft denken. Man darf sich jetzt nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Du bist kein Mensch, der das macht. Und man muss in verschiedene Richtungen denken. Es gibt immer mehr Menschen, die sagen, ich möchte mir ein zweites Standbein aufbauen. Matthias Schweighöfer, erfolgreicher Schauspieler. Der könnte auch einfach sagen, ich bleibe dabei. Nee, der singt ja jetzt seit einiger Zeit schon. Und es gibt auch immer mehr Musiker und Sänger, die sagen, hey, ich werde jetzt Schauspieler. Und genau das machen wir jetzt mit dir auch. Weil wir wollen mal gucken, ob in Felix Jen noch andere Talente schlummern. So ein Talent zur Schauspielerei. Deswegen machen wir jetzt das Energy-Emoji-Interview. Du bekommst jetzt von mir Emojis vorgelegt. Diese klassischen Chat-Emojis, die man in bestimmte Stimmung ausdrücken kann. Weiß schon, was ein Emoji ist. Dankeschön. Vielleicht weiß das ja nicht jeder. Genau, aber halt diese klassischen Emojis. Ich werde dir dazu weiter Fragen stellen. Und deine Aufgabe ist es dann, in der Stimmung des jeweiligen Emojis diese Frage möglichst präzise zu beantworten. Und das als, aber schon sprechen. Nicht nur... Ja, 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 das impliziert ja immer eine gewisse Stimmung, so ein Emoji. Und du darfst dann währenddessen reden. Anders dort. Genau. Also. Schwierig. Felix Jen ist jetzt sauer. Stocksauer sogar. Okay. Und die Frage ist, hast du ein Lebensmotto? Ich habe überhaupt kein Lebensmotto. Was willst du eigentlich von mir? Ich stehe einfach jeden Tag auf und mache, worauf ich Bock habe. Und er sagt schon wieder ein Lebensmotto. Du brauchst mir jetzt nicht gleich so anzuschreien hier. Geh doch nach Hause, kannst bei dir das Ding arbeiten. Das müssen wir, das lassen wir auf jeden Fall bitte drin, Freunde, ja. Das kann ich ja gleich mal mitnehmen zum neuen Kollegen. Okay. Auf jeden Fall schon mal viel Potenzial in der Ersten. Felix Jen altert jetzt ganz enorm. Du bist jetzt ein Opa. Und ich frage dich. Felix, wie stellst du dir dein Leben eigentlich mit 70 vor? Du nochmal 70 sein, das wäre, das wäre unglaublich. Also, als ich 70 war, da war ich, da war ich frisch. Das war, wie mein Opa schon immer gesagt hat, der ist dann in die Arztpraxis rein. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wer pflegt sie denn eigentlich jetzt? 94, wie machen sie das? Ich habe ja eine wesentlich jüngere Frau, wissen Sie. Die ist erst 92. Weil die Jens ist die Welt noch in Ordnung, da oben im Mund in Ordnung. Schön ist das. War das okay? Was meinst du? Schauspielnote von 1 bis 10, 10 ist super. Eine 5 schon, ne? Eine 5 mindestens. Geil. Ich tendiere sogar zu 6. Das reicht mir. Ja, 6. Einen machen wir noch. Und zwar, wir haben dich jetzt wütend erlebt, wir haben dich alt erlebt. Wir wollen dich jetzt noch einmal, bevor wir dich nochmal glücklich haben, wir dich auch schon die ganze Zeit erlebt natürlich. Aufgrund des Albes. Jetzt wollen wir dich noch einmal so richtig traurig erleben. Traurig. Richtig weinerlich. Aber die Frage ist immer, dieses Emoji verstehe ich nicht so ganz, weil das eigentlich immer nicht so ein richtig trauriges, sondern das benutzen auch viele immer so nach dem Motto, ähm, oh, ich hab keinen Bock. Und das ist dann nicht so traurig, sondern so eine neue Boxstimmung. Und das Emoji ist sehr vielseitig einsetzbar. Man muss das mal googeln. Ich habe auch mal letztens eine Artikel gelesen. Das sind auch offizielle Namen, so Emojis, ne? Und die haben auch offizielle Bedeutungen und manchmal verwendet man die total falsch. Ja, das meine ich nämlich. Aber du bist dir sicher, das ist ein trauriges Emoji. Genau, der ist tief traurig und es kommen Wasserfälle aus den Augen vor lauter Sadness. Ich meine, ist das hier nicht so respektlos in der Gegend rum? Du bist jetzt traurig. Okay. Kendrick Lamar hat auf seinen Konzerten jetzt ein Smartphone-Verbot erlassen, Felix. Was macht das mit dir? Das, ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll noch, weil... Ich, ich mag mein Smartphone und ich mag Kendrick und dass er jetzt das Smartphone nicht mag und ich das nicht mitnehmen darf, dass ich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit der Karte mache. Oder mit dem Smartphone. Ich, ich, ich muss mich wohl für eins entscheiden. Der Atmer, den, den fand ich gut. Der war wichtig, ne? Der Atmer war wichtig. Ja, auch mal den Mut zu pausen haben. Okay. Method Acting mit Felix Jinn, das ist im Hoji-Interview auf jeden Fall bestattet. Das war aber mehr nachdenklich als traurig eigentlich, oder? Ja, das ist nah beieinander. Man kann ja auch so, du warst auf jeden Fall emotional aufgewühlt. Das zumindest, oder? Ja. Das auf jeden Fall. Lass uns das Emoji einfach umbenennen. Das ist jetzt das emotional aufgewühlte Emoji und dann habe ich eine 10. Genau. Dann war das mindestens, mindestens neuneinhalb bis ne 10. Wir haben noch zwei Minuten Zeit für eine letzte Frage. Die darfst du auch gerne ohne Emoji beantworten. Wenn du nach einer langen Tour mal nach Hause kommst und sagst, boah, jetzt war ich die ganze Zeit unterwegs und ich komme nach Hause. Welches Essen muss Mama dann für dich kochen? Das ist ehrlich gesagt ein bisschen egal. Wie? Bei mir ist das so, dass ich auf Tour, ich wohne dann ja immer in ganz tollen Hotels und gehe mal in Restaurants essen. Und ich habe ja, wenn ich unterwegs bin, morgens, mittags, abends immer irgendwie das tollste Wunsch essen, was ich mir vorstellen kann. Wenn das Mama hört. Wenn ich dann nach Hause komme, das weiß ich. Die ist dann immer neidisch und sagt, ja, du hattest es wieder so gut gestern. Warst du wieder schön im Restaurant? Und dann ist das gar nicht so wichtig, was man isst, sondern nur, dass man gemeinsam isst. Oh, alles wieder gut gemacht. Das ist ein Herzensjunge, da schmilzt man noch dahin. Felix Yen, sein Album I ist raus seit letzten Freitag und es war wie immer sehr schön, dass du hier warst bei uns. Danke dir. Jetzt hören wir noch deinen aktuellen Hit Cool, jetzt in der Energy Late Night.